Wollen Sie mich verarschen, oder was? Wieso auch nicht? Kommando Infanterie Schuhe Zürich, Caporal Bossa. Ja, das ist Reto, hi. Ja? Bin ich beim Militär? Ja. Ah, du, könntest du schnell ausrichten? Ich komme ein bisschen später, weisst du. Ich hatte noch Termine heute, oder? Ja. Ja. Eben, dass ich das wissen hätte, dass ich die Leute noch ein hätte, wenn wir in die RS da einrücken, oder? Moment bitte. Reichlin? Hallo? Ja? Ja, das ist der Reto, hi. Ja? Bin ich beim Militär, ja? Ja. Ah. Ich würde nur sagen, ich komme ein bisschen später, oder? Hätte heute sollen, äh, deres einrücken, oder? Ich habe noch Termine. Ja, boah. Könntest du auch für mich da in die Weg leiten? Warum, haben wir mal zwei geirrtet? Was machen wir? Hä? Wie? Haben wir mal zwei geirrtet? Eben, könntest du das dem Chef sagen, vom Militär einfach? Ja, boah. Um halb bis zwei ist einrücken. Ja, bei mir geht es heute nicht mehr, oder? Ja, um halb bis zwei ist einrücken. Ich höre Leute darum auch extra an. Kann ich einfach mal am Morgen kommen? Wie? Um halb bis zwei ist einrücken. Ja, ich habe einen Termin, oder? Ist auch wichtig, oder? Ja, ja. Ja. Kann ich mal am Morgen kommen? Ist das gut? Nein, halb bis zwei. 13.13. 13.30. Du verstehst... Machen Sie das schriftlich? Nein, nein, ich kann ja jetzt nicht mehr, reicht ja nicht, oder? Ja. Du verstehst mich nicht, ich kann heute noch nicht kommen, oder? Wir sehen nicht aus, ich weiß nicht wo. Wie? Wir sehen nicht aus, ich weiß nicht wo. Nein, bei der Reto ist schon gut. Also, mir ist es gleich, einfach, dass ihr es auch wisst. Ich denke, die Leute auch extra, oder? Dass die Informationsquelle auch funktioniert, oder? Mhm. Eben, mit wem habe ich geredet? Reichlin. Reichlin. Reichlin? Ja. Ist das der Vorname? Wie? Ist das der Vorname? Nein, das spielt keine Rolle. Reichlin, wir hatten nie den Wurzis gemacht, nie. Kennst du den Chef? Wieso? Also vom Militär einfach, siehst du ihn noch heute? Ja, vielleicht, ja. Eben. Also, weisst du es einfach, dass er es auch weiss nicht, dass ich den Puff bekomme, oder? Ja, das gibt es auch wieder so. Was? Das gibt es auch wieder so. Was? Das Puff. Wieso? Haben wir jetzt abgemoldet, oder? Ja. Haben Sie das Gefühl, das reicht? Das kann jeder machen. Auf den Morgen nachher schnell anrufen. Ich kann nicht kommen. Ja, kann ja. Ja, ja. Wir sind doch keine Jekami-Organisation. Wei, was für eine? Jekami. Den kenne ich nicht. Also. Eben, ist das gut? Für mich ist der Fall erledigt, oder? Ja, die werde ich jetzt sehen, ja. Gut, Reichlin, he? Ja. Hey, also. Adieu. Merci. Also.